Zu der These, dass autonom fahrende Fahrzeuge eine Umstellung des Haftungsrechts erforderlich machen, kann ich folgende Zusammenfassung verkünden. Also im Straßenverkehrsgesetz gab es ja insbesondere schon Anpassungen, nämlich in den Paragrafen 1a und 1b. Diese punktuellen Anpassungen, ja es hat sich bisher nur in punktuellen Anpassungen eben abgespielt. Jedenfalls für Fahrzeuge bis einschließlich der Stufe 4, der SAE-Richtlinie sozusagen, sind da keine weiteren gesetzgeberischen Maßnahmen notwendig. Die bestehende Haltehaftung als Gefährdungshaftung bildet eine ausreichende Haftungsgrundlage. Jedoch wird sich auf der Ebene Rechtsprechung, insbesondere im Hinblick auf die Verhaltenspflichten, die an den Nutzer eines autonomen Fahrzeuges zu stellen sind, dann auch das Recht sicherlich fortbilden. Hingegen wird es für das fünfte SAE-Level einen weitreichenden Durchbruch darstellen, welcher auch gesellschaftlich einen weitergehenden Schritt darstellen wird. Als Stichwort sei hier nur die Akzeptanz der Bürger sozusagen genannt, wenn nun automatische und autonom fahrende Fahrzeuge unterwegs sind. Spätestens mit der flächendeckenden Vernetzung von diesen autonom fahrenden Fahrzeugen und neuen Mobilitätskonzepten wie Carsharing wird dann doch eine erneute Evaluation notwendig sein und auch weitere umfassendere legislative Maßnahmen. Das Produkthaftungsrecht hingegen erscheint als weitestgehend vorbereitet für autonome Fahrzeuge zu sein. Auch in dem Zusammenhang ablaufende Regressforderungen der Versicherungen gegenüber den Herstellern kann das Recht im Grundsatz bereits schon jetzt abbilden, wenn auch nicht ganz so sehr in dem Umfang, aber das ist sicherlich machbar. Zwar erscheint es im Zusammenhang interessant, die Auslegung des Herstellerbegriffs vor dem Hintergrund von Softwarelieferanten als Teilhersteller erneut zu überdenken, allerdings lassen sich bereits heute auch schon vergleichbare Konstellationen vorstellen, in welcher die Software als Produkt verwendet wird und auch bewertet wird. Und erst recht dann, wenn diese Software in einem Auto verbaut wird und der Fahrzeughersteller sich dann insgesamt eigentlich diese Vorteile der Software zu eigen macht. Für etwa die Gefähle hat er aus meiner Sicht dann ohne weiteres einzustehen und kann vergleichbar zu den Regresskonstellationen im Kaufrecht von einem Softwarelieferanten wiederum dann seinen eigenen Ausgleich erlangen. Gerade für den Verbraucher kann es dann also schwierig sein, in diesen technischen Konstellationen dort Fehler nachzuweisen und das sollte man nicht dem Verbraucher quasi aufbürden. Gleiches gilt für das Insolvenzrisiko im Übrigen. Neuartige Ideen wie die Schaffung einer eigenen Rechtspersönlichkeit erscheinen in diesen Konstellationen als nicht zielführend. Diese eröffnen nur weitere Problemfelder, wie das fehlende Vermögen, aber auch die Rechtspersönlichkeit, gerade im Hinblick auf die Prozessfähigkeit erscheinen hier schwierig und vereinfachen das Massenverfahren, gerade im Straßenverkehrsrechtlichen Haftungsrecht nicht unbedingt. Und der Abstimmungsaufwand, wenn man noch mehr Parteien einführt, wird da nur noch umfassender. Also insgesamt bietet das bestehende Recht aus unserer Sicht hier ausreichend Potenzial für Innovationen, aber auch ausreichend Gewährleistung, um hier in Schadensfällen eine Haftung darzustellen. Nun zu den Thesen 2 und 3. Ich habe diese mal zusammengefasst, da sie doch inhaltlich in die gleiche Kerbe schlagen. Also ob Online-Vermittlungsplattformen sozusagen ein paralleles digitales Recht darstellen und wir das mit unseren bisherigen Gesetzen nicht abbilden können. Diese Plattformen, auf diesen existiert meist ein Dreiecksverhältnis zwischen den Plattformen als Vermittler und den jeweiligen Nutzern. Diese begehren dann ganz unterschiedliche Leistungen wie Kauf, Miete oder Dienstleistungen. Dafür stellen die Plattformen bereits Verträge zur Verfügung und wickeln den Vollzug des Vertrages auf tatsächlicher Ebene ab. Es besteht die Problematik, dass wegen der faktischen Vollziehung der Verträge in einer sehr großen Anzahl ein eigenes paralleles Recht entsteht, das eigenen Regelungen unterworfen ist, welche die Plattformen in ihren Verträgen teils automatisch durchsetzen. Dies verstärkt sich noch durch eine häufige Monopolstellung der Plattformen, sodass die Parteien auch keine Macht besitzen, die Inhalte dieser Verträge individuell auszuhandeln. Das kann eine immense Abweichung von den Vertragstypen des BGB zur Folge haben, welche grundsätzlich wegen der Privatautonomie dennoch die Freiheit bietet, dort andere Interessen zu regeln. Aber vielfach werden gerade diese Plattformen monetäre Interessen haben und gerade keinen gerechten Interessensausgleich vor Augen haben. Wegen der faktischen Stellung müssen Konsequenzen in Betracht gezogen werden. Für Verbraucher existieren vielfach Schutzrechte, aber auch kleinere Unternehmen, die nicht unter den Verbraucherbegriff fallen, stehen den großen Konzernen dennoch als kleine gegenüber und sind daher auch durch eine nachträgliche AGB-Kontrolle geschützt. Gleiches gilt für den Fall, dass sich der Anbieter ja quasi als privater Richter über den Streit erhebt, Stichwort sei nur Paypal-Käuferschutz genannt. Diese Missstände lassen sich aber auch weitestgehend gut durch das AGB-Recht einfangen. Dennoch können rechtswidrige Klauseln immense Rechtsbeeinträchtigungen zur Folge haben, sodass es wegen dieser marktbeherrschenden Stellung angezeigt ist, bereits eine ex ante Klauselkontrolle vielleicht anzudenken, zum Beispiel durch eine unabhängige europäische Stelle. Darüber hinaus kann die Etablierung eines besonderen Gewährleistungsrechts, also für sekundäre Rechte, auch gegenüber der Plattform angedacht werden. Im Ergebnis kann nicht von einer parallelen Rechtswirklichkeit die Rede sein, welche sich nicht mit den bisherigen Rechtsmöglichkeiten abbilden lässt, wobei vielleicht kleinere Änderungen, Stichwort vorgelagerte Klauselkontrolle vielleicht begegnen lässt. Zum Thema Schmerzensgeld und Schadensersatz, inwiefern das durch den Computer berechnet werden kann und ein Mensch dafür nicht mehr notwendig ist. In der bestehenden Rechtspraxis existieren bereits vielfältige Schmerzensgeldtabellen, die aber nicht von staatlicher Seite ausgehen und auch nicht vorgeschrieben sind, sondern vielfach die Gerichte bilden quasi den Inhalt dieser Schmerzensgeldtabellen und daran orientieren sich dann auch vielfach die Gerichte bei der Bemessung. Durch eine vollständige automatische Bemessung müssen sich diese Daten zunächst in einer Datenbank vorfinden und am besten auch in einem maschinenlesbaren Format, also irgendeine PDF-Datei oder so, das ist da erstmal nicht genügend, um das auch zielführend zum Beispiel zu durchsuchen. Dies führt aber zu dem Problem, dass gerade bei der Schadensbemessung und im Speziellen bei der Abwägung im Rahmen des Schmerzensgeldes äußerst individuelle Umstände Berücksichtigung finden müssen, welche nicht ohne weiteres automatisch berechnet und auch nicht so vielleicht von der Maschine oder von wahrgenommen werden können. Zwar ist es wünschenswert, eine möglichst gleichförmige Berechnung zu erzielen, doch dürfte die Besonderheiten des Einzelfalls nicht untergehen. Einheitliche und offizielle Tabellen können daher als ein erster Schritt für eine Automatisierung äußerst hilfreich sein. Gut, dann machen wir mit der Blockchain bei mir weiter. Also kann die Blockchain das öffentliche Register quasi ersetzen? Das beantworten wir folgendermaßen. Die Blockchain-Technologie eröffnet eine Reihe von Vorteilen wie Dezentralität, Anonymität und Veränderbarkeit, Fälschungssicherheit und auch eine gewisse Öffentlichkeit und damit Transparenz. Dies wird bisher besonders im Bereich der Kryptowährungen wie Bitcoin genutzt. Doch allein aus den Erfahrungen daraus zeigt sich, dass die Vorteile sich nicht immer umsetzen lassen und ebenso mit dem Recht auch nicht immer vereinbaren lassen. Vielfach sind dort laufende Entwicklungen gegen das geltende Zivilrecht zu finden. Allein das deutsche Zivilrecht kann auf alle aufkommenden Rechtsprobleme nicht die Antwort bieten, die eben notwendig ist. Insbesondere internationale Sachverhaltskonstellationen werfen Schwierigkeiten auf. Diese Peer-to-Peer-Konstellationen sorgen für ein geringeres Risiko eines Hackerangriffs, doch sind zugleich mit einer fehlenden Verantwortlichkeit verbunden. Eine Lösung über das Gesellschaftsrecht erweist sich als äußerst problematisch in Bezug auf Vertretungsbefugnis, gemeinsamer Zweck, Rechtsform und Gesellschaftsvermögen. Internationale gesellschaftsrechtliche Regelungen könnten hier geschaffen werden. Für die Zukunft wird es erforderlich sein, die diversen Einsatzmöglichkeiten der Blockchain-Technologie einerseits anhand der Zugänglichkeit und des Nutzerkreises der Blockchain sowie andererseits über das Ziel des konkreten Forms zu differenzieren. So wird für eine geschlossene oder private Blockchain ein anderes Regelungsreglement gelten, als für eine öffentliche und internationale Kette. Gleiches gilt für das Ziel der Blockchain, ob darüber Kryptowährungen abgewickelt werden, Grundstücke übertragen werden sollen oder Bildrechte vermarktet werden. Diese Kriterien werden maßgeblich für das anzuwendende Recht sein und es wird ebenso notwendig sein, die dort jeweils punktuellen Anpassungen im Recht vorzunehmen, um die Konstellationen zutreffend abbilden zu können. Ein ganz umfassendes Blockchain-Law erscheint jedoch als nicht zielführend genug und wird nicht mit der notwendigen Bestimmtheit auf die aufkommenden Sachverhalte passend sein. Genau, also ein Smart Contract dient der Vollziehung des Rechts und besteht aus Algorithmen. Darüber hinaus bedarf es aber eines Rahmenvertrags zwischen den Parteien. Die Blockchain ist dafür nicht zwingend notwendig, erleichtert aber den Vollzug und sichert die Erfüllung der wechselseitigen Ansprüche sowie die Beweisbarkeit. Problematisch ist jedoch die Rückabwicklung von Verträgen bei Smart Contracts auf der Blockchain, da wegen der häufigen Unveränderbarkeit der einzelnen Blöcke richterliche Entscheidungen nur nachträglich eingefügt und abgewickelt werden können. Anfängliche Nichtigkeiten können nur bedingt Berücksichtigung finden, da die ursprüngliche Transaktion nur schwer geändert werden kann. Bei monetären Ansprüchen ist dies nicht so kritisch, solange die Partei im Nachgang Vermögensrechtlich gleichgestellt wird. Umso schwieriger ist es bei Ansprüchen, die eine individuelle persönliche Sphäre der Person betreffen, wie zum Beispiel die Verletzung des Persönlichkeitsrechts oder bei Urheberrechtsverletzungen. Dort müssen die ursprünglichen verletzenden Handlungen vollständig entfernt werden können. Aus rechtlicher Sicht ist daher eine technische Gestaltung zu fordern, die eine Abänderbarkeit ermöglicht, auch mit einem gewissen Risiko eines Angriffs von Dritten sowie die Benennung einer verantwortlichen Stelle oder Person. Dies bedeutet nicht, dass der dezentrale Charakter vollkommen aufzugeben ist, sondern zugleich auch Peer-to-Peer-Lösungen vorstellbar sind, die einen staatlichen Eingriff ermöglichen, zum Beispiel über eine behördliche Schnittstelle. Im optimalen Falle könnte der Smart Contract die gerichtliche Entscheidung selbst vollstrecken.